Wenn Kundinnen und Kunden heutzutage Fragen an Unternehmen haben, dann wollen sie die Antworten nicht erst nach Stunden oder sogar Tagen haben, sondern möglichst sofort. Mitarbeitende wollen Informationen nicht suchen, sondern finden und Dokumente übersichtlich sofort nutzen können. Wie Dokumentenmanagementlösungen dabei helfen können, darüber sprechen wir am 2.2.2022 in Kyocera Insights Folge 5. Jetzt anmelden!